Cyberport präsentiert der Fitbit Alta Fitness Tracker. Fitness Tracker eignen sich schon lange nicht mehr nur für aktive Sportler. Auch für normale Nutzer, die einfach ihre alltäglichen Bewegungen aufzeichnen wollen, bietet der Wearable-Markt passende Modelle, wie zum Beispiel der Fitbit Alta. Dank des schicken Designs ähnelt der Fitbit Alta mehr einem modischen Accessoire als einem Fitnessarmband. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Edelstahl, das Armband aus widerstandsfähigem Kunststoff, was den Tracker sehr robust macht. Getrackt werden die üblichen Fitnessdaten, wie Schrittzahl, zurückgelegte Strecke, verbrannte Kalorien sowie Schlafqualität. Bestimmte Aktivitäten werden dabei dank der Smart-Track-Funktion automatisch erkannt und anschließend in der kostenlosen Fitbit-App aufgezeichnet. Die Daten werden dabei via Bluetooth vom Tracker auf das Smartphone übertragen. Neben Uhrzeit- und Fitnessdaten zeigt das schmale Display auch Smartphone-Benachrichtigungen wie Anrufe, SMS und Termine an. Dank der OLED-Technologie ist der Bildschirm dabei stets gut ablesbar. Die Steuerung erfolgt über den integrierten Touchscreen. Der Lithium-Polymer-Akku des Fitbit-Armbands sorgt für eine Betriebslaufzeit von bis zu fünf Tagen. Tägliches Aufladen gehört damit der Vergangenheit an. Die Aufladezeit beträgt dabei ein bis zwei Stunden. Fitness-Tracker und Modeaccessoire in einem. Der Fitbit Alter Fitness-Tracker. Fitness-Tracker und Modeaccessoire in einem. Dramatische Aufladen